Nun, wie wir alle wissen, ist ja das Wort Erregen ein normales Wort. Sicherlich in unserer Zivilisation ist es so, dass es irgendwelche YouTuber gibt, die, naja, das Wort so eine Art Rassismus etwas übertrieben haben. Ich spreche jetzt von Moderna Black. Wir kennen alle Moderna Black, wie er lebt und lebt. Und da kann man sich in einem Video mal vor, ich hasse Regen. Ja, okay. Unter dem kann man sich nicht viel vorstellen und da fragt man sich natürlich, warum er jetzt durch dieses Wort Regen gebannt worden ist. Gut, wenn man Regen rückwärts sagt und schreibt, sagt man dann eigentlich, du Neger. Ja, das heißt, Regen rückwärts gesagt heißt Neger. Gut. Das kann man jetzt natürlich in einer Sichtweise natürlich jetzt nehmen, wie man will und möchte. Ich komme aus Österreich und ich muss ehrlich dazu sagen, die heutige Courage und Charakterfrage sei dahingestellt. In der heutigen Zeit ist es leider bedauerlicherweise, dass so und so, dass manches herausrutscht. Oder zum Beispiel, du Trottl, du Wichser und solche Sachen halt. Aber wir kennen im Prinzip alle Moderna Black. Ich denke, dieser 30 Tage Bahn ist unerlich. Das ist lächerlich. Der Moderna Black ist der Moderna Black. Und ich denke, sicherlich gibt es da keine Ausnahme. Das ist schon richtig. Das ist schon klar. Aber wie wir alle Moderna Black kennen, der bringt es einfach auf den Punkt. Hier in Österreich ist es nicht so schlimm, wenn man sagt, du Neger. Du bist ein Neger. Neger kann genauso eine Bedeutung haben. Ich habe kein Geld nicht. Neger kann genauso heißen, ich bin Neger. Ja, das ist, man muss immer das Wort Neger in der Bedachtung sehen. Ja. Sicher, viele glauben, Neger ist ein Schimpfwort. Nein. Neger kann genauso heißen, ich bin Neger, ich habe kein Geld nicht. Ich bin blank. Ja, ich habe kein Geld nicht. Ich bin Neger, ich habe nichts zum Essen. Ich bin Neger, ich bin Knockout. Es kommt immer darauf an, in welcher Sichtweise und Betrachtung man es sieht. Ich will hier jetzt nicht ein Video aus Österreich machen und um ein Moderna Black in irgendeiner Weise da jetzt irgendwie am Mund schleimen oder am Arsch gerüchen oder so. Aber Fakt ist, in Richtung Twitch, dieser Bann ist lächerlich. Dieser Bann ist einfach lächerlich. Also, dieses Video könnt ihr euch Twitch senden und sollen sie sich das auch anhören. Aber dieser Bann ist lächerlich. Neger hat viele Bedeutungen. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir leben im 21. Jahrhundert. Und dieses Wort Neger hat viele Bedeutungen. Ich kann sagen, Neger ist blank. Neger, ich habe kein Gewalt nicht. Neger, ich habe das nicht. Neger, was Neger. Wir leben im 21. Jahrhundert. Also, wenn der andere zu mir sagt, du bist ein Neger, dann sage ich, okay, danke. Heute ist der 14. Ich bin blank. Ich habe kein Gewalt nicht. Danke, passt. Aber, pff. So sehe ich es, ich bin halt aus Österreich. Aber dieser Bann ist lächerlich. Also, da muss ich heiße Neger. Ich heiße auch Neger. Also, ich werde jetzt auch gepackt von YouTube. Aber, das ist, es kommt an die Beachter, sie sind genauso Menschen. Klar, sie sind genauso gehören, genauso in der Zivilisation dazu. Ja. Aber, wir leben im 21. Jahrhundert. Und ich bitte mir, gar schön, wir leben nicht im 18. oder im 17. Jahrhundert, wo wir diesen Orgen-Rassismus-Keule, sage ich einmal, herauslassen müssen. Daher sage ich, dieser Bann ist lächerlich. Also, gut. Wie gesagt, das ist mein Meinung, weil ich hätte gefragt worden bin, über das Ganze. Gut. Ciao. especie W hallen uns jetzt erstes Mal. Dannіс für dich, такое gleiche. Ich pille das nochmalen.